So, wieder mal ein kleiner Ausfall. Ich hoffe, wir können jetzt endlich mal durchdrehen. Das geht mir gehörig auf den Sack, auch wenn ich keinen habe. Ja, schön mal. Kein Nettle. Dann guck mal, wie das ist. Da man auf Stammkrabbeln nimmt. Ja. Die wollten meine Blume nicht! Ja. Bei Unterlern wieder 4 zu 4. Genau. Nur Vanille. Ja. Aber ich hab mir nicht wehgetan. Was, Omi! Nein! Da! Ich muss zu den Tippen! Der Tipp will die Blume! Der will die ab! Nein, der will die Blume an Alkoholika. Jetzt müssen Sie doch hin! Hör dich zu deinen Händler! Pass auf! Pass auf! Pass auf! Aber ich will dir die Blume schenken! Ja! Ja! Ich will dir die Blume schenken! Ja! Mann! Was ist mein Alkoholiker? Sei das cool drauf! Mann! Ich bitte rückwärts drauf! Tu mir den Gefallen! Ja, ja. Diesmal ja. Ich tue alles, was du willst! Echt? Ja! Moment so! Stopp! Hab ich gesagt! Pass auf! Pass auf! Du musst mich hochheben! Olaf! Bitte! Bitte! Von mir nicht weh! Ich habe äußerst extreme Angst, mir weh zu tun, wie ihr merkt. Denn ich weine vielleicht. Aber ich weine nicht, denn das zerstört meinen Neckern. So, da ist aber wieder einer! Da hieß ich! Da! Bitte! Du machst es! Bitte! 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 Hallo Matthias! Eine Blume! Bitte! 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 Ich spreche sieEN da! Mit mir zumindest eine Blume! Es ist die handelhaft! Ist die hässlich oder was?! Und die Zilindert finden da hinten ein Fenstermann? Ja! Alle kleine Blume! Oder die die sitzen drauf! Möchten Sie? So. Wir haben dem Alkoholiker jetzt eine Blume geschwenkt. Das habt ihr leider nicht gesehen! Aber er hat sich sehr gefreut! Das war der einzige Lichtblick in meinem Leben. Ja. Und jetzt machen wir wieder aus der Kinder wieder einen Anfang. Ja. Ein Lieferblumen. Nichts von all dem, was ihr gesehen habt, ist passiert. Jetzt fahr mit dem Roller, bitte. Nein, warum nicht? Wieso fährst du nicht? Ja. Ich möchte aber sitzen. Da hat die Blume auch noch so weggeschmissen. Was wetten wir? Das ist sehr süß. Das ist richtig süß. Das finde ich richtig süß. Das finde ich richtig süß. Das finde ich wirklich fertig. Ich sehe, obwohl ich die ganze Zeit nur sitze, weil ich für mich erzählt hätte ich gekippt. Ja. Ist das mir jetzt auch schon zu drehen oder sollten wir noch immer fehlen? Was war mit dem Roller? Komm schon. Und dann war von uns wann es war. Komm schon. Nee, das war mit dem Roller. Komm schon. Nein, das war mit dem Roller. Ich muss auch auf dem Video zu sehen sein. Komm schon. Mach doch. Es ist sehr peinlich. Es ist sehr peinlich. Hier ist der Tag mit dem Tag ein. Nein, ich werde gepackt. Nein, das geht ja so geil. Nein, das geht ja so geil. Nein. Ich stecke. Hier drin. Ich stecke. Hier drin. Hier ist richtig gehört. Ich stecke. Hier ist reingefahren. Gas, Gas, Gas. Oh ja. Ganz langsam. Hallo. Wie geht es Ihnen? Ja. Oh ja. Ich bin ausgefahren. Oh, ich bin ausgefahren. Ich bin ausgefahren. Ich bin ausgefahren. Oh, ich bin ausgefahren. Oh, das ist freieres Gefühl. Hallo, wie kennt es Ihnen? Gibt es Ihnen denn gut? Ja. Wir sehen nicht. Ich steige jetzt raus. Moment. Ich kann ein bisschen länger dauern. Und nein. isto dann,わā ich mein Treppen zwischen Oko, wegen Fäb klar auf zu drehen. Puhu auuhh. аш.